Und nicht mit der Presse kommen, ist ja Blödsinn. Okay, also wir haben dann noch bei uns eine Mission, die wir auch bei uns abgeben müssen. Also wir müssen dann niemanden die 1.000 noch abgeben. Wir haben dann 100% Ertrag hier. Solche 59 S-Mähler ist ein komisches Vehikel, wo ich sowieso gerade hier vorne bin. Kannst du erst machen. Wenn wir bei unserem Feld in die zweite Erntereifstufe kommen, kriegen wir mehr. Wie gesagt, wenn wir vorher ernten, ist es egal. Wäre auch nicht schlimm, wenn wir die zweite kriegen. Komm, seid ihr, weil wir uns gestern unterhalten hatten. Ich denke mal, wir haben nicht zu wenig Arbeit. So, hier hinten die Ecke nehmen wir mit. Wie man sieht, wir müssen zwar jetzt nachkaufen, was wir auch gleich machen werden. Aber, ähm, wer jetzt die Folge gestern verfolgt hat, ich hatte zwar schon mal auf unsere Finanzen geguckt. Also bei uns sieht es so aus, dass wir einen ersten Tag haben, wo wir definitiv schwarze Zahlen schreiben. Würde ich mal sagen. Würde ich nur die 16 holen, oder? Ich kann ja auch ein paar per Hand oben drauf. Jetzt haben wir ja Spanngurte hier. Ähm, ich würde nur die 16 holen. Ist der Dünger, der Kalkstreuer ist aber voll, ne? Ne, der ist leer. Ach, der ist leer. Also fast. Da sind nur 300 oder sowas drin. Ja, wenn du dir, kannst du noch welche oben drauf packen, mir ist das egal. Ja. Ja. Kommt oben drauf, aber pack auch welche zu uns. Echt? Ne, das geht nicht. Folge heute, ne? Was? Die letzte Folge heute. Ja, genau, genau. Ja. Folge 6. Wir haben ja natürlich viel Zeit, aber wir sagten auch gerade schon, also diese drei Stunden pro Woche ist eindeutig zu wenig, um was zu reißen. Und wenn man das mal so hochrechnet, selbst wenn man nachher ordentlich Hektar Land hat, ähm, irgendwelche Früchte brauchen ein halbes Jahr, bis sie gewachsen sind. Ein halbes Jahr sind anderthalb Monate. Wir schaffen ein In-Game-Tag mit 35. Also mal 5 und mal 3, ein In-Game-Tag. Mehr schaffen wir nicht in drei Stunden. Oh, das war gerade Autosave. Oh, 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 oh. Das war auch bei mir knapp. Ich war fast im Graben. Ich hing auf der Leihplanke. Ne, deswegen, gerade bei uns im Team kam das Thema nochmal an. Einmal hatte ich gesagt, ist aber wohl regelmäßig nicht festgeschrieben, sagte Micha gerade, dass, ähm, dass wir eigentlich gesagt hatten, wir wollten gerne, wenn man nachher gewinnt, sollte man schuldenfrei sein. Meine, ich hatte mir sonst immer gesagt, hatten wir jetzt aber regelmäßig nicht festgeschrieben. Ich sagte, das müssen wir dann teammäßig alle nochmal klären, ob wir das dann auch noch reinschreiben oder ob es dann egal ist, wer wie viel Kredit hat. Das ist dann so. Eigentlich hatten wir sonst immer gesagt, ne, man muss gerne schuldenfrei sein, um als Sieger nachher zu zählen. Ja, ich glaube, Geld ist nicht das Problem, denke ich mal. Denke ich noch später auch. Das wird ja über die Zeit, ist dann eher das Problem. Und ob man... Denn wir haben heute beim Finanzen den ersten Tag, wo wir definitiv schwarze Zahlen schreiben. Keine roten mehr. Da ist der Holger. Jetzt hört man auch den Holger. Ich glaube, bei Holger... Echt? Ja, bei mir, ich hatte noch den Desktop-Sound aus. Ich habe gerade gesagt, bei uns wird heute der erste Tag, wo wir schwarze Zahlen schreiben. Keine roten. Okay, das ist schon... Wird ja mal Zeit dann aber auch, ne? Nö, nur warum nicht? Ich glaube, ihr könnt hier nichts Geheimes besprechen. Ach, mir? Nö, wir haben nichts Geheimes. Wir haben alle viel zu tun hier. Ja, das sagten wir eben auch gerade. Wir sagten eben, Zeit ist... Ja, ich weiß nicht, die drei Stunden, meine ich, das wird sich ziehen. Wir schaffen maximal, wie gesagt, in einen Tag. Mehr schaffst du nicht. Ja, ich sag da auch, also ein halbes Jahr brauchen wir alle mal, bevor dann sich wirklich herauskristallisiert, dass einer, ich sag mal so, man wird ja so an die zehn Ziele wahrscheinlich brauchen, um zu gewinnen, ob es nachher elf oder zwölf sind oder neun im Besten oder... Aber irgendwie so wird es ja sein, kommt immer darauf an, wie viele Ziele wer wie kriegt. Die anderen Teams natürlich auch, jetzt gar nicht nur wir, das kann auch immer sein, Holger und unser, also mein Team hier, wir streiten uns und nachher freuen die anderen sich. Ich denke mal schon, dass im Westen, nee, im Osten bald was abgegeben wird. Steine meinst du? Nee, im Osten, im Osten. Im Osten. Osten ist, ach so, das ist ja das Weizen. Genau, wenn denen ihr Feld erntereif ist, was sie angepflanzt haben, denke mal, dann sind die mit den Weizen-Zielen auf alle Fälle durch. Das glaube ich nicht. Doch, doch. Und Nabel doch kann, ich weiß nicht genau, 90.000, glaube ich, haben sie... Also im Stream, was ich geguckt hatte, hatten sie genau 90.000 im Lager und 100.000 Ernteste. Ja, bei Weizen brauchst du 300, meine ich. Nicht 200? Nee, 200 brauchst du eher so bei Raps und Soja und so ein Zeugs. Okay, dann schaffen sie es nicht ganz. Dann brauchst du 300. Und Weizen, ja. Also bei mir regnet es jetzt auch noch aktuell, aber ich habe oben ein Sonnensymbol. Das ist bei uns die ganze Zeit, die ganze irgendwie immer schon. Und die können trotzdem ernten, haben sie gesagt. Ja, aber sie haben ja eigentlich wenige Ertrag. Nee, steht, wird nicht mehr eingeblendet, haben die gesagt. Hatte ich eigentlich auch mal gefragt. Aber das ist, weil, ne? Sonst haben die Drescher-Leute ja gar nichts zu tun gehabt den ganzen Abend. Weil es ist ja eigentlich den ganzen Abend, nur regnet schon. Ich sagte nur, ob wir uns zum Ende der Folge mal sammeln und, weiß ich, ne? Nach 20 Minuten, dann können wir auch schon mal allgemein beschnacken, ob wir sowas wie, wir hatten sonst immer Challenges gemacht oder irgendwas, dass wir irgendwie einfach nur so eine Finanzspritze aus heiterem Himmel für jedes Team pauschal, eine gleiche Menge oder so pro Quartal oder pro was auch immer. Da kann man sich nochmal ein bisschen was überlegen, damit wir einen kleinen Hust über die Zeit damit reinkriegen. Trotzdem wird es lange dauern. Ich glaube nicht, dass du im halben Jahr hinkommst. Nee, ich glaube auch nicht. Das wird mit Sicherheit länger dauern. Aber bis jetzt hat sich ja noch keiner an die Erztochte dran, die war. Nee, das ist ja... Ich meine, zweifel, vielleicht brauchst du sie nachher nicht, wenn du mit den anderen Zielen so viel schaffst. Aber die Wahrscheinlichkeit ist unge... Glaube ich nicht. Ich sagte auch gerade, für Weintrauben könnte ich theoretisch auch eine Plantage programmieren à la Obstbäume. Falls nachher sich keiner an Weintrauben traut, dass es zur Not eine Produktion gibt, wo man Weintrauben mitproduzieren kann à la Obstbäume eben. Muss doch bloß Achim das Oliven gegen Weintraube ersetzen. Ja, zum Beispiel. Das ist ja kein Hexenwerk. Das ist ja... Stimmt. Ja, gut. Nämlich, wenn nachher keiner Weintrauben anpflanzen will und so das ganze Geld dafür, dann wäre das noch eine Variante. Das ist ja auch nicht schlimm. Das macht man, ne? Das ist ja kein großer Aufwand. Aber da schnacken wir dann eben demnächst drüber. Das muss ja nicht heute oder so. Ich gehe nochmal weiter und dann sammeln wir uns die letzten 10 Minuten oder so, ne? Ja. Hopplastig. Auf zwei Rädern um eine Kurve fahren. Was habe ich heute gespielt und die Thüringen reicht, der Park und die Felder nicht? Nicht. Ja, natürlich schlecht. Wenn das nicht reicht für die Mission. Oh, 63 ist fertig. Ja, ja. Ich habe schon ausgemacht. Ach so. Ah, Bild ist ja... Mal ein bisschen später. So, ähm... Erstmal abgeben. Hat der, der Meer hier 9,4, Benni? Weiß das auf dem Kopf? Was hast du? Nee, 8,9, glaube ich. Ach nee, 9,4. Wieso kann ich denn mit dem nicht... Vielen, vielen Dank für deinen Rate und herzlich willkommen. Nee, ich muss jetzt auch jedes Mal neu programmieren. Wir sind natürlich aber auch schon heute hier ein End... Minuten, kann man ja fast sagen. Na gut, 20 Minuten sind es noch. Die wir hier spielen wollen auf der Matchmap. Und haben natürlich viel zu viel zu tun hier, ne? Halt, hier habe ich jetzt die Mission abgeschlossen. Ja. So, düngen. Äh, 52 ist noch bei uns, ne? Mhm, ja. Dann nehmen wir das natürlich noch mit. Ich habe jetzt 40.000 Liter Kalko. 20 Beutel. Ja. Ähm, 52, wo sind die? Ach, das kleine dort, okay. Viel zu tun und keine Zeit. Na doch, Zeit ist schon, aber die Arbeit ist zu viel. Es geht doch alles viel zu langsam, so gefühlt. Die Ideen sind schneller, was man machen könnte, als wie man sie ausführen kann, ne? Also, es ist schon alles fertig. Es muss nur noch gemacht werden. Wir müssen zwingend, zwingend müssen wir jetzt erstmal, ich fahre erst nochmal dorthin, denn wir müssen zwingend nachkaufen, denn es läuft hier Düngerproduktion auf Stillstand und das darf nicht passieren. Das Düngerziel werden wir zwar nicht kriegen. Jetzt kommt da einer rechts hier wieder, oder? Rotes Auto, habe ich doch geahnt. Ach, ne, ich muss doch eins weiter. Ich muss doch auf die 52. Andere ist doch die 55 hier. Ich habe noch vergessen, die 1000 anzukündigen. Doch, die habe ich gesehen. Ja, genau, das wollte ich eigentlich... Was macht dann? Wegbringen nur. Die Lage von unserer Insel zu euch. Was? Ist der Preis für schlecht bei euch? Nee, Missions-Sylage. Ach so. Tschüss. Ja. Keine auf den Hof stellen? Ja. Verkaufspunkt neben der Werkstatt. Oh, heute, das. Ich fahre noch raus von BGA-Gelände. Ich fahre der nächste Feld ein, fahrt wieder auf der 55 rein. So ein Käse. Wollt auf die 52. Ja, und dann sollst du wieder mit dem Drescher ernten, ne? Geht hier leider nicht, ne? Nee. Ja. Nein. Ich fahre. Bekaufspunkt. Ja. Na, na. Wir sind, wie ganz sicher. Ich fahre, dass wir da in den Viren ankommen ist. Und ich fahre und rüber, dass ich mich vielleicht einfach mal einfacher bin... Und ich fahre. Ich fahre mit euch. Ich fahre mit euch. Und ich bin ein bisschen. Und ich fahre mit euch. oder jetzt aber drüben fast noch ein ball voll gekriegt war ganz schön voll gewesen die presse ja dann hätte dann hättest du aber jeden fuzzle noch mitnehmen müssen aber ich bin eher auf der 59 hat es ja schon hier sehen ja ich weiß bin ich jetzt auch deswegen ist die mission ich bin im zwei mädchen schon daraus geschmissen schönen abend noch bedanken uns einschalten ich bin ja mal spannend wird dann läuft wenn das andere system drauf ist die zu einbauteile dann sind was dann abgeht so wir müssen jetzt hier gucken und zwar wir kaufen nach mist 100.000 also zweimal 50.000 wir kaufen nach einmal gülle 50.000 einmal gerreste 50.000 und strom brauchen 10.000 haben wir noch 83.000 auf dem konto mehr als doppelt so viel wie beim start müssen wir gucken vielleicht kriegt man auch noch was verkauft fläche technisch also fällt 59 zu kaufen ich weiß nicht eine denn er könnte man so ein feld hier kaufen klar ist da jetzt uns nichts drauf was man runter kriegen würden aber man könnte dann hier schon noch mal irgendwo eine frucht mit ansehen die wir gut gebrauchen können aber das wärmer naja das wird nicht reichen das geld ne so wo sind wir bei der mission 87 prozent was gibt es dann noch düngertechnisch nur die 39 weil ich natürlich heute halbe karte nehmen wo habe ich jetzt was vergessen alles das feld aber hier kommen auch einiges an ballen runter bestimmt der 59 ja klar an das glaube ich etwas über 60 stück dann hat hier ordentlich aus tja 15 uhr ist es in geben das wäre jetzt aber auf eine andere insel zu fahren und zurückzukommen das pack ich doch nicht oder wird eng nicht für die 6000 das ist dann blöd wird das abschließen ich müsste ja 39 ist oben im norden meine gut wo es ist ja eigentlich egal 39 ist es nicht ist das feld hier drüben ich mir das an die kommen im schweren lkw gefahren noch mal vorher schnell die bgr kaufen ja können sie trotzdem abgeben ist ja nicht ihre ist ja unsere dann während sie abladen schnell kaufen wird unsere gleich gefüllt ne geht leider nicht dass das verhindert ja revamp ach Mist aber ist ja nicht mal voll die geben wo halbe ladung ab das ist ja nur damit sie Geld kriegen wir haben auch keine silageballen also mit einem halb vollen lkw würde ich nicht durch die kante fahren so deprimierend ist halt Mission wenn mehr nicht runter kommen dann ist das so ach so ne ja krieg ich noch Geld dazu alles ungefähr gleich war runter stand noch ja wir wollten ja normalerweise auch ballen verkaufen guck mal vielleicht aber dann kam mir die Mission dazwischen ich würde sie vielleicht auch liegen lassen dass wir sie eventuell abgeben könnten müssen wir mal gucken weil verkauft sind sie schnell das andere Ziel ist ja weg wieso hat schon einer abgegeben oder was ne 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 aber da kommen wir ja nicht gegen an wenn die direkt vor Ort hängseln genau das schaffen wir nicht kannst du knicken äh 1480 das soll aber auch jetzt bei treffen sein ne naja lass mal noch ein bisschen mehr arbeiten ich bin grad gut am rennen wundert mich sowieso dass das so gut läuft den ganzen Tag den Scheiß weggemacht hast das soll ich auch初en das soll jetzt natürlich auch nochmal ein bisschen mehr arbeiten ja die Vielen Dank. Vielen Dank für das Einschalten. Schönen Abend noch. Ja, aber ich glaube, das ist hier noch nicht so tief. Ja, sagt er glaube ich bloß, hier soll es nicht so tief reinfahren. Ich habe hier schon drin gestanden. Nein, nicht auf der Bahn liegen. Soweit. Was, bekommt hier keinen Trigger? Ach doch. Ja, das ist hier noch nicht so tief. Guten Abend. Guten Abend. Herr Holger, fräst du Dekobäume weg, habe ich gehört? Ich ne, wieso? Hast du nicht in der Mitte? Das Baum ist dich entledigt. Unser Eigentum? Ja, kann ich nachvollziehen, würde ich auch so machen. Mitgekauft? Ja. Hat zwar nichts gekostet, aber gehört uns, steht ja dran. Ist auch genau richtig. War das so lustig, dass du den Hackschnitzel praktisch aus der Mitte wieder mit zum Hof nimmst, um ihn später wieder wegzufahren, ne? Ähm, hätte man auch gleich reinmachen können, ja. Ist richtig. Ich glaube, mit der Brux geht das gar nicht, ne? Oder? Ich glaube, das muss man auch mal einen Anhänger, glaube ich. Oder? Ich glaube, der wird den Trigger nicht erkennen. Die Brux entledigt sich normalerweise mit dem Trigger. Ja, ich weiß es nicht genau. Bin mir unsicher. Naja, ich glaube, auf dem Hof. Früher, da hat das doch funktioniert, ne? Auf dem Hofkrieger. Ich weiß nicht, wie das jetzt im LS22 ist. Ich meine nämlich auch, also bei der Ballenhalle, glaube ich, ging das nicht. Die ihr auch habt, zum Beispiel bei mir im Singleplay, weil da steht die Ballenhalle ja doch bei der Pelletsproduktion. Und ich sage jetzt nichts dazu. Okay. Ich bin so schon getestet, aber ist ja eigentlich egal, weil man eh einen Anhänger noch hinten dran hat. Naja, aber man hat es ja einfacher da hinten, ne? Mhm. Ja. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ja, ansonsten, ihr habt Gewinn gemacht. Team Helgoland hat heute Gewinn gemacht, habe ich gehört. Genau. Und nicht zu knapp. Nicht zu knapp. Geld kommt rein, ne? Ja, so langsam kommt ein bisschen mehr Geld. Trotzdem haben wir gerade eben überlegt, so in den Runden, ob es irgendwelche Finanzspritzen gibt für die Teams. Pro Quartal oder keine Ahnung, eine pauschale Subvention. Ja, ich würde sagen, aller, was weiß ich, aller sechs Monate in Game. Oder aller sechs Tage ist das ja dann. Alles sechs Tage, ja. Weil jetzt ist ja umgestellt auf Juli oder Juni, ne? Ja. Und wir haben ja trotzdem oben November. Und ich möchte meinen, bei dem, was ich probiert habe, die Monate laufen trotzdem oben immer wieder durch. Das tun sie wohl. Haben wir dem Chat auch bei mir geschrieben, genau. Also es ist mega. Oder hört irgendwann auch der Regen auf. Das hoffe ich mal. Weil wir haben nämlich Dauerregen. Und der Regen ist aufgrund meiner Umstellung mitten im Spiel passiert. Das nur optisch hat ja keinen Drescheinfluss scheinbar, weil bei den Drescher meckert er ja nicht mehr, dass es regnet. Aber bei dem, was ich probiert habe, hat sich das Wetter trotzdem immer gewechselt. Hat das Wetter trotzdem gewechselt. Das hat sich irgendwie... Ja, das wird mit dem nächsten Speichern und Neustart wird das passieren. Ah, okay. Aber man könnte ja trotzdem drüber nachdenken und dann kriegt die das Team diesmal pauschal gleich viel. Nicht, dass wir wieder irgendwelche Challenges machen, wo da eine hunderte, andere 75, der andere 50 kriegt. Ja, für Challenges haben wir eigentlich keine Zeit. Nein. Wir können abmachen, dass wir tatsächlich alle sechs Monate oder so... Ja, können ja ja nur... ...dringen wir eine Spritze kriegen. Mach mal einfach oben im Januar zum Beispiel und dann irgendwie im Juni. Ja, erster und siebter Monat wäre ja immer ein halbes Jahr. Wenn ihr klar sind, ist jetzt dann plus fünf, aber das wäre ja auch nicht das Problem. Ne, ne, kriegen wir ja alle gleich viel dann. Muss man sich nur noch über die Höhe einig werden. Also keine Millionen. Das wäre auch zu einfach. Das würde es dann auch nachher zu sehr verfälschen. Also ich würde ja so 100.000, so nach dem Motto für jeden, nur gut. Einmal 100.000, da kann man schon ordentlich was mit anfangen. Ja. Der neue Traktor in der Mitte. Aber siehst du, eure Bäume in der Mitte, die Eichen sind bei fünf Metern. Obwohl ihr die einen Tag später gepflanzt habt. Irgendwas haut bei uns nicht hin. Doch, doch. Ne, ne. Alles durchgegangen. Der schlechteren Boden, der ist nicht gedüngt. Du hast gedüngt. Doch, der ist gedüngt, der ist gedüngt. Ich würde ja auch gucken. Arbeitet ihr noch oder? Ich weiß nicht, ich war auch noch nicht in der Mitte. Ich habe mir das noch gar nicht angeguckt. Dani, auf wie viel habt ihr euch jetzt geeinigt? 100.000. Nehmen wir ja, wenn alle nichts dagegen haben, nehmen wir auch die oder? Ne, das passt doch. Aber ich meine, das kommt nicht auf die Länge und den Durchmesser an. Der ändert sich doch eigentlich eh nur je Wachstumsstufe. Ja klar, jetzt kriegst du 1800 und ein bisschen, wenn sie jetzt wegfräst. Ja, aber... Ups, das habe ich da gemacht. Aber ich habe mich verzählt, ich habe 360 ungefähr gezählt. Weiß ich nicht. Die hast du alle gezählt. Na klar, du kannst... Du läufst einmal durch und zählst kurz die Setzlinge. Immer so 5, 10, 15, 20, das geht schon. Das macht sich jetzt schlechter, denn vorhin, bevor wir mal angefangen haben. Ich wollte gerade sagen, das musst du das nächste Mal innerhalb der Spielzeit machen, nicht außerhalb der Spielzeit. Wieso, ich war doch da. Ja genau, vor dem Stream. Von 8 bis Viertel nach 8 hast du einmal durchgezählt. Marina, mein Trecker ist getankt und repariert. Für nächste Woche. Okay. Ja, es sind auf jeden Fall keine Weiden, ne? Ne, das hat mich eigentlich gewundert, dass ihr keine Weiden pflanzt. Wenn ihr so viele Bäume wegfräsen wollt. Ja, wenn du dem... Dann musst du 500 Bäume, 600 Bäume oder so. Aber es ist lange unentdeckt geblieben, ne? Dass ihr das beim letzten Mal nicht gemerkt habt. Bist du heute nur durch Zuverlängs gelaufen oder wie hast du das mitgekriegt? Ne, ähm... Bei euch im Stream einmal und wo ihr das gemacht habt. Ich habe auf der Karte gesehen, dass einer immer hin und her fährt. Ja. Und dann hatte ja Black Forest gesagt, er kommt von Pflanzen zurück irgendwo und bringt noch eine Palette Eichen mit. Deshalb war ich mir ziemlich sicher, dass er Eichen gepflanzt hat in der Mitte. Na ja, da kann man in 1 und 2 und 3 zusammenzählen und kriegt irgendwie das richtige Ergebnis. Arbeitet ihr jetzt alle noch oder stellen alle das Arbeiten ein? Dann machen wir jetzt Feierabend, oder? Ich würde jetzt den Trecker noch schnell auf den Hof fahren. Wir können ja noch mal Finanzen sagen, sind wir also, ne? So, dann halten wir an. Aber hier stehen... Aber hier stehen, die ihr zuerst gepflanzt habt am Hof. Ich bin immer noch der Meinung, dass vorher wo auch was nicht funktioniert hat. Die ihr zuerst gepflanzt habt am Hof stehen ja auch noch zwei Reihen bei euch. Oder drei Reihen Setzlinge. Das kann eigentlich nicht sein. Ja, irgendwas passt da nicht. Irgendwas passt da nicht. Ja, aber die habe ich deutlich später gepflanzt wie alle anderen. Weil genau, also bei uns in Baumbachstunde können wir jetzt... Das ist genau die Palette, wo ich eben da im Stream gesagt habe, dass ich die noch in die Mitte... Weil bei uns stehen ein paar halbe Reihen, weil die kannst ja nicht eine halbe Reihe was anderes pflanzen. Im hinteren Bereich sind immer die letzten fünf Bäume sind bei uns Setzlinge geblieben. Also ich sage ja, wenn jetzt alle sonst das Arbeiten einstellen, dann gucke ich auch noch mal kurz bei Holgers Bäumen. Das sind hier gerade die in der ersten Reihe, die mit als erstes gepflanzt wurden. Ja, das weiß ich jetzt nicht wie rum, aber mich... Stimmt, vielleicht aus Versehen ist es doch eine andere Palette, das sehen wir später. Das kann natürlich immer... Doch weiß man es nicht hundertprozentig, ob es wirklich denn die richtige war oder aus Versehen... Aber selbst wenn es ein anderer Baum wäre, da müsste doch mal die erste Wachstumsstufe gekommen sein. Oh Marina, wir waren aber auch nicht schlecht heute. 13, 14, 15, 16... Ne, das ist mehr. Hier drüben stehen ja auch noch welche. Es sind über 40 Bäume, hätte ich gesagt, die nicht gewachsen sind. Ja, okay, könnten zwei Paletten sein. Aber es sind immer hinten, immer blöder hinten, fünf, sechs Bäume von einer Reihe. Und du wächst jetzt doch nicht die Palettenbeine ansehen. Also ne, das kann ja höchstens aus Versehen gewesen sein. Also wir sehen es ja, irgendwie wird da ja noch Wachstum kommen, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber selbst auch bei anderen Bäumen... Es gibt einige Bäume, ich habe das ja selbst letztens jetzt getestet, ich habe ja auch Baumschule gemacht in der halben Woche. Die Woche davor sozusagen. Also es gibt einige Bäume, die wachsen das erste Mal nach 102 Stunden. Das sind also vier Ingame-Tage. Dann kommt die erste Wachstumsstufe bei allen Bäumen. Es gibt mehrere, die haben 576 Stunden, bis sie ausgewachsen sind und die wachsen erst nach 100 Stunden, das ist richtig. Aber die haben wir ja schon rum. Ne, ja, seit Pflanzen habt ihr ja nicht. Seht ihr ja, wie viele... Nein, wenn ich jetzt gerade meine Finanzen angucke, August, September, Oktober, November. Ja. Und wir sind gerade im vierten Monat. Gut, kommen wir auf 100 Stunden, weil beim nächsten Mal dann, ja. Gut, das wird man sehen. Ja, dann sehen wir das, weil sonst ist es tatsächlich ein bisschen komisch. Kann natürlich immer passieren, aber ich weiß es nicht genau. Aber hier sind die genau, du hast ja nach 38 Stunden, nach, wie wir es vorhin auch schon sagten, 38 Stunden, 76 Stunden und 104 Stunden sind sie voll ausgewachsen. 104 Stunden sind ja dann eben die guten vier Tage da. Ja, 114. Ja, 114, ja, stimmt. 76 plus 38 sind ja 114. Sind also gut und gerne, ja, wie gesagt, fünf, knapp, viereinhalb Tage. Ja, wir haben hier ja gut hingestellt. Die Autofahrer kommen ja gar nicht mal raus hier. Nee, die sind eingepackt. Also deswegen, wir hätten vorhin auch ruhig, danke, Hi4GamingTV für den Raid. Wie ich sagte auch, wir hätten auch ruhig den Verkehr ausmachen können. Also hätten wir mehr Platz gehabt für unsere Bäume in der Mitte. Aber gut, die wachsen da schön. Und ich, also ich habe da gesehen, also es ist, eigentlich passt alles. Da sind keine, keine Setzlinge, die nicht gekommen sind. Was mich ein bisschen wundert irgendwie dann, ne? Wenn da irgendwie, warum bei einigen ja, bei einigen nein. Mal gucken. Das wird auf jeden Fall nochmal ein spannendes Rennen Richtung Januar. Aber wir wollen ja auch... Aber habt ihr schon mal probiert, Bäume, die so ineinander stehen? Was passiert, wenn man die wegfräst? Ich habe das versucht, sonst hätte ich es nicht gemacht, genau. Also ich habe das genauso versucht. Und auch wenn wir ein bisschen später erntereif sind als ihr, was gar nicht so viel später ist. Aber da auch keine Kollision auf, nee. Und dass ihr nicht zu schnell seid. Nö, das geht. Ihr seid in der Fahrt alle drei nach der Hackschnitzel. Aber da müsst ihr noch ein bisschen was tun. Und das kostet euch eine Menge Zeit für andere Geschichten. Weil, ja, du hast ja auch ausgerechnet, in die Mitte fahren dauert 10, 15 Minuten einmal hin und zurück, voll leer. Und das musst du mindestens 10 Mal machen. Oder je nachdem, was für eine Kapazität du fährst. Eine Vierterbahn-Pipeline. Und schon ist man zweieinhalb Stunden beschäftigt, um die Mitte zu fahren. Also einen ganzen Abend praktisch. Wir werden Tauben züchten, schicken Brieftauben. Ich hatte schon, also wir sind bisher noch die Einzigen, die noch nicht Kredit aufnehmen durften, oder? Wie sieht es bei euch aus? Wir haben auch noch die Einzigen. Wir haben auch noch Kredit. Ihr habt auch noch keinen? Nein, das war noch nichts. Bei genau 500.000 seid ihr auch noch, oder was? Ja. Okay. Na ja, da ist... Ja. Und Alex, ihr? Äh, warte. Nee, wir haben auch alles, was wir aufnehmen konnten. Konnten wir nicht... Marina, wie war das? Konnten wir das letzte Mal nicht noch was aufnehmen? Ihr habt doch mehr als 500.000, oder nicht? Ja. Aber das war nicht viel, ne? Das war nicht viel, nee. Nee, aber mehr als 500.000 sind mehr als 500.000. Ja. Das ist direkt. Mathe-Streber. Ja, also. Er kann rechnen. Ja, von daher würde ich sagen, sind wir leider schon wieder am Ende des Abends. Macht immer Spaß. Die Zeit ist immer zu knapp. Merkt man, viel, viel zu tun. Und von daher geht es dann in einer Woche weiter. Wollen wir nochmal zeittechnisch, sind wir hier nächsten Samstag, weiß schon, wer kann, wer nicht. Wir sind nicht da, Mats und ich sind nicht da. Nee, das ist auch der Mats. Nee, Micha sagte, dass er nächste Woche bei euch auf jeden Fall spielt. Ich bin nicht schon ein Mädels Team. Also nächste Woche ist ja der Zehnte, ne? Zehnte, ja. Also da geht es bei mir. Die Woche braucht, weiß ich noch nicht. Ja gut, also halten wir den Zehnten fest. Als nächster Termin eigentlich. Weil dann ist noch einmal, dann sind wir schon kurz vor Weihnachten und dann müssen wir mal gucken. Ja, da müsste man ja sowieso dann den 23. machen, wenn dann. Ja. Ja, ist schon der 23. dann in 14 Tagen. Ja, das Jahr ist schon wieder erledigt, ne? Ja, das ist Wahnsinn. Der 23. ist dann der? Das ist Freitag. Also wir haben jetzt erst mal den Zehnten. Dann hätten wir theoretisch den 17. und dann kommt der 24. Genau. Nur so eben für die Schnellrichtung. 23. weiß ich dann nicht, ob ich da bin. Wenn ihr noch volle Hütte hättet, gell? Ja. Und ich bin auch nicht anwesend, weil wir machen am Abend, also zum Feierabend, aus... 1,23. da müsstest du sein. Das könnt ich knicken, am 23. Ich bin schon nicht da, sie weiß es nicht. Also... Na dann gucken wir dann mal. Also ich werde mal im Geschäft bestimmt nicht Tschüss sagen, nur weil wir hier Matchmap machen. Nicht? Dann nimm doch Essen und trink mit. Ja, da setzt du die Priorität nicht richtig so nach dem Motto. Aber ich würde sagen, wir sind trotzdem mal Ende des heutigen Abends. Von daher folgen. Heuger, vielen Dank fürs Reinschalten. Ja. Und dann würde ich sagen, genau, geht's aus YouTube-Sicht, geht's heute Abend schon weiter. Und ja, von daher aus Twitch stehe ich denn eine Woche. Bis dann, vielen Dank und Tschüss. 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 Tschüss.